Not least, unser Christian Dalker, unser erster Braumeister von Paulana. Lieber Christian. Ja, einen haben wir noch. Sie haben es gleich geschafft, noch fünf Minuten länger wird es nicht dauern. Ja, ich glaube wir haben fünf Wahnsinnswiesenwürde gesehen. Für mich was Neues auch hier den gründenden Abschluss mit Paulana zu machen, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich würde mich wieder ein bisschen mehr aufs Bier konzentrieren. Wir haben viel gehört über Klima, CO2-Bindung, der Löwe, Beschutz, die Wiesen und die Baraya und Sonstiges. Im Mittelpunkt steht das Bier. Eine kleine Anekdote habe ich natürlich auch, weil es ganz gut passt und glaube ich auch ganz gut zeigt, was dieses Bier für mich und auch für Paulana bedeutet. Ich bin vor zwei und ein Wochenende durch die Fußgängerzone gelaufen. Dort gab es eine Umfrage von einem regionalen Radiocenter. mit einer Frage, die nicht ganz neu ist. Welche drei Dinge würden Sie auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ich habe dann hier aus der Pistole geschossen und gesagt, dreifassen Oktoberfest hier von Paulana. Die Literaturin hat sich kopfschüttet und abgewendet. Wurde, glaube ich, auch nicht gesendet, aber es kam von Herzen und es schminkt, glaube ich, das wieder, was Wiesen hier für uns bedeutet. Als Zapfzeug war ich dabei gesagt, aber ich würde den Fässer auch aufweisen, Rollen. Okay, ja, zum Bier selber, Paulana. Vielleicht hat die Interviewerin deswegen ein Koch schüttelt, weil sie gesagt hat, was macht der mit dreifassen Bier ohne Zapfzeug? Eigentlich war die Frage anders. Die Frage hieß, was nehmen Sie außer Ihrer Frau noch mit auf die einsamen Insel? Und ich sagte, nee, nur drei Fässer. Okay, Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Jetzt geht uns, wie sind wir Paulana? Wir sind uns auch in dem Jahr wieder sehr, sehr treu geblieben in der Linie der letzten Jahre. Wir haben bei Paulana, wenn wir uns die Farbe anschauen, ein sattes Goldgelb, das soll auch mal gefallen schauen, da sind wir nicht weit weg, auch vom Sparten. Wir haben einen herrlichen Plan, sind wir, den Seeber jetzt leider nicht, aber spätestens am Samstag nach Wetterricht können Sie meine Aussage bestätigen, wenn Sie vor dem Paulana-Festheld sitzen. Wir haben geruchlich und geschwanklich, da legen wir sehr, sehr viel Wert bei, ein paar Waren drauf und bemühen uns da auch, dass das Malzaroma zwar merklich ist, aber nicht direkt uns fordert, sondern der zweiten, dritten Schluck dann langsam kommt, so ein bisschen durch die Hintertür, dasselbe beim Hopfen, wir legen schon mehr auf einer Hopfenfrüge, wenn Sie ein bisschen hier reinriechen, merken Sie das auch, aber die ist nie aufdringlich, die wirkt nie so ein bisschen, ja, Obersteig, und beim dritten Schluck hat sie nichts. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Beim Körper, das ist eben für die Süffigkeit wichtig, wir sagen, der Körper ist samtweich und südhaft süffig, ich glaube, so steht es auch in der Bierbeschreibung, was heißt das? Im Endeffekt nichts anderes, dass wir mit der Restphysik, die wir in diesem Bier haben, es eben schaffen, eine sehr hohe Trinkbarkeit herzustellen und eine sehr hohe Süffigkeit herzustellen. Das heißt, Sie können eine zweite und eine dritte Mast trinken, es sollen Menschen geben, die auch vier Mast trinken, ich kenne da persönlich jetzt keinen, es wird aber auch keiner im Raum sein, der vier Mast trinkt, aber selbst wenn Sie das machen, dann, sag ich mal, greif zu Paulana, und der nächste Tag ist dein Freund. Wir lagern die Tiere sehr, sehr lange bei kühlen Temperaturen, und das merken Sie ja. Alles in allem zusammenfassend, sag ich Paulana, ein selbstbewusstes, weltoffenes, aber auch traditionelles Wiesnwierd. Ich glaube, wir holen in dem Jahr wieder den Wiesentraditionalisten ab, genauso wie den Gast aus Übersee oder wo immer auch hier aus der Welt, und beide werden wahnsinnig viel Spaß mit dem Bier haben. Das ist uns sehr wichtig, und ich glaube, das schaffen wir, und wenn Sie auf die Wiesn gehen, so begeistert, wie wir dieses Bier getraut haben, haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht, und in dem Sinne, kommen Sie vorbei, Sie werden alles, was ich gesagt habe, bestätigen und ich freue mich drauf. Prost! 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 Vielen Dank.